ETF ist nicht gleich ETF. Es gibt weltweit über 7000 ETFs und nur einen Bruchteil davon empfehlen wir bei Finanztip für langfristige, weltweit breit gestreute Investments. Unter dem Namen ETF, da gibt es einige, die echt gefährlich sind und andere, die diesen Namen ETF gar nicht erst verdient haben. Welche Kategorien von ETFs es überhaupt gibt, welches Risiko sie jeweils beinhalten und von welchen ihr deshalb die Finger lassen solltet, darum geht es in diesem Video. Ich bin Saidi von Finanztip. Damit ihr das Risiko von ETFs einschätzen könnt, müsst ihr wissen, welche Kategorien von ETFs es überhaupt gibt. Und dazu gebe ich euch heute eben eine Orientierung, eine grobe Landkarte an die Hand. Von den langweiligen Standard-ETFs bis zu den ganz heißen Eisen ganz am Ende des Videos. Wenn du neu bist auf unserem Kanal und noch nicht so viel über ETFs weißt, dann klick doch mal in unsere ETF-Playlist, da erfährst du alles Wichtige. Und lass uns doch ein Abo mit Glocke da, dann kriegst du immer unsere neuen Videos mit. ETFs unterscheiden sich natürlich nach dem jeweiligen Index, den sie abbilden und damit nach den Wertpapieren, die in ihnen stecken. Und die kann man nach folgenden Kategorien zum Beispiel unterscheiden. Zum einen nach der Asset-Klasse, also sind in einem ETF Aktien oder zum Beispiel Anleihen enthalten. Dann nach der Region stammen die Wertpapiere eher aus USA oder zum Beispiel aus den Schwellenländern, aus den Emerging Markets. Dann nach der Branche geht es eher in die IT-Branche oder zum Beispiel vielleicht in den Gesundheitsbereich. Und zum Schluss auch nach dem Investment-Stil. Es gibt ETFs, die setzen zum Beispiel auf Dividendentitel oder andere, die auf vermeintlich unterbewertete Aktien setzen. Wir fangen wie gesagt eher mit den nicht so risikoreichen ETFs an und hangeln uns dann zu den risikoreicheren weiter. Aber ein Hinweis, eine ETF kann zwar in eine bestimmte Kategorie und damit irgendwo in unsere Rangfolge fallen, aber aufgrund der speziellen Wertpapiere, die in dem konkreten ETF drinstecken, kann er durchaus noch risikoreicher sein. Das langfristig überschaubarste Risiko liefern natürlich wenig überraschend die Standard-Aktien-ETFs, die weltweiten Aktien-ETFs, zum Beispiel auf den MCI World, den ACWI oder auch den FUZI World Index. Klar, die schwanken natürlich gehörig und in der Vergangenheit sind die bei entsprechenden Börsenkrisen schon auch mal um 50% abgerutscht. Aber sie basieren letztendlich alle auf dem Funktionieren der großen Weltwirtschaft. Als nächstes haben wir Anleihen-ETFs. Anleihen, auch Renten oder englisch Bonds genannt, das sind festverzinsliche Wertpapiere. Wenn du genauer darüber was erfahren willst, dann in diesem Video. Anleihen, die haben besonders, wenn es sich um Staatsanleihen, also Anleihen von Ländern handelt, eigentlich eine viel geringere Schwankung als Aktien. Und insofern ist es formal auch nicht korrekt, dass ich jetzt die Anleihen-ETFs nach den Aktien-ETFs erst nenne. Aber ich mache das in diesem Fall, um auf ein besonderes Risiko hinzuweisen, das oft übersehen wird, nämlich das sogenannte Zinsänderungsrisiko. Soll heißen, die Zinsen sind ja nah am Nullpunkt und sollten die in der Zukunft irgendwann mal wieder steigen, dann würden die Kurse der Anleihen, die in den ETFs stecken, tendenziell fallen und damit auch die ETFs natürlich fallen. Und das wird gerne oft übersehen. Und deshalb finden wir Anleihen-ETFs von ihrem Chancen-Risikoprofil bei Finanztip eher nicht so attraktiv. Ähnlich ist es bei einer Unterkategorie der Anleihen-ETFs, nämlich den ETFs auf Unternehmensanleihen. Ein Unternehmen, das muss im Allgemeinen für eine Anleihe höhere Zinsen bezahlen als zum Beispiel ein Staat. Deshalb winken da auch höhere Renditen. Aber gleichzeitig ist halt auch das Risiko höher. Die Kurse von solchen Unternehmensanleihen-ETFs, die schwanken etwas mehr. Und das Risiko, dass ein Unternehmen seine Anleihe gar nicht zurückzahlen kann, das ist auch im Allgemeinen höher als bei einem Staat. Und insgesamt kann das Risiko bei solchen Unternehmensanleihen-ETFs beliebig nach oben gehen, je nachdem, welche konkreten Anleihen von welchen konkreten Unternehmen da drin stecken. Insbesondere, wenn es sich um Unternehmensanleihen handelt, die am Markt praktisch gar nicht oder nur sehr wenig gehandelt werden. Dann kommt ihr nämlich nicht so leicht lang ran an euer Geld. Das nur als Warnhinweis, denn jetzt verlassen wir diesen ganzen Bereich der Anleihen-ETFs wieder und kehren zurück zu den Aktien-ETFs, die a. einfacher zu verstehen sind und b. Die meisten von euch wahrscheinlich mehr interessieren, weil da höhere Renditen winken. Nächste Kategorie, Dividenden-ETFs. Dividenden-ETFs, die setzen auf Titel, auf Aktien, die langfristig eine gute und vielleicht sogar steigende Dividende zahlen. Da würde man doch eigentlich meinen, ah, das sind irgendwie gute Aktien, konstante Aktien, die eine konstante Performance liefern. Wie wir in diesem Video aber mal gezeigt haben, zeigt sich, dass Dividenden-ETFs tendenziell genauso stark schwanken wie breit gestreute Standard-Aktien-ETFs. Und wenn so ein Dividenden-ETF nur relativ wenige Titel enthält, dann stürzt der gerne auch mal stärker ab als ein eben breit gestreuter Standard-Aktien-Index oder Standard-Aktien-ETF. Und das ist so ein Thema, was sich durch dieses ganze Video zieht. Je stärker eingeschränkt das Anlageuniversum eines ETFs ist, also tendenziell je weniger Titel er enthält, desto stärker schwankt er und desto größer ist natürlich auch das Risiko. Dividenden-ETFs, die werden oft zu den sogenannten Smart-Beta-ETFs gezählt, zu denen auch die sogenannten Faktor-ETFs zählen. Faktor-ETFs, das sind ETFs, die Aktien nach bestimmten Faktoren aussuchen. Faktoren, die dafür sorgen sollen, dass die Aktien eine zumindest etwas bessere Performance haben als der allgemeine Markt. Beispiele für solche Faktor-ETFs sind zum Beispiel Small-Cap-ETFs, also ETFs, die auf eher kleinere Unternehmen setzen und nicht auf die ganz großen Riesenkonzerne. Oder ein anderes Beispiel für einen Faktor-ETF, Minimum Volatility ETF. Minimum Volatility bedeutet, Aktien sind da drin, die in der Vergangenheit zumindest nicht so stark geschwankt haben und damit in der Zukunft auch für eine etwas konstantere Performance sorgen sollen. Oder drittes Beispiel, Momentum-ETFs. Die nehmen Aktien, die in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit in der Regel, ganz gut gelaufen sind, in der Hoffnung, dass die jetzt auch in der nächsten Zeit etwas besser laufen als der allgemeine Markt. Nach dem Motto, the trend is your friend. In unserer Rangfolge nach Risiko hier, kommen jetzt in der Logik als nächstes die Multi-Faktor-ETFs. Multi-Faktor-ETFs, die kombinieren mehrere solche Faktoren, von denen ich gerade gesprochen habe, miteinander. Und solange die weltweit breit gestreut sind, stellen die auch so ein Multi-Faktor-ETF kein besonderes Risiko dar. Im Allgemeinen sind die Kosten ein bisschen höher als bei einem Standard-ETF aufgrund der etwas komplizierten Strategie. Was jetzt die Rendite von solchen Multi-Faktor-ETFs angeht, da gilt das gleiche wie für die einzelnen Strategien, für die einzelnen Faktoren auch. Zum Beispiel Small Cap. Es ist nicht immer gesagt, dass Small Caps, kleinere Unternehmen, besser laufen als der allgemeine Markt. Diese einzelnen Faktoren, die können mal funktionieren, können mal auftreten, aber sie sind nicht immer zuverlässig da. Und außerdem sollte euch klar sein, dass bei bestimmten Strategien sogenannte Cluster-Risiken entstehen. Zum Beispiel, wenn ihr auf Minimum Volatility setzt, dann kann es sein, dass bestimmte Branchen überrepräsentiert seien. Das heißt, ihr habt besonders viele Aktien, zum Beispiel aus dem Bereich vielleicht von Konsumgütern oder Versorgern, die normalerweise wenig schwanken, aber bei denen es halt auch länger mal schlecht laufen kann. Wir kommen jetzt bei unserer Rangfolge nach Risiko so in die Region, wo ihr die einzelnen ETFs eben nicht mehr einzeln einsetzen solltet, sondern nur noch miteinander kombinieren solltet. Und an der Stelle mal wieder der Hinweis, dass wir bei Finanzzip der Meinung sind, dass ein weltweit breit streuernder ETF zur Streuung des Risikos absolut ausreicht. Ein Stück tiefer ins Risiko geht ihr eben, wenn ihr euch mit einem ETF nur auf eine bestimmte Region der Welt konzentriert. Relativ breit gefasst wäre dann noch ein ETF auf den amerikanischen S&P 500, der eben die 500 größten US-Aktienkonzerne umfasst. Breit gefasst deshalb, weil das fast alles natürlich Weltkonzerne sind. Weiter ins Risiko geht's, wenn ihr jetzt nur nach Europa gehen würdet. Wir von Finanzdip empfehlen da ETFs, übrigens nur als Beimischung, auf die europäischen Aktienindizes MSCI Europe und Stocks Europe 600, aber nicht auf den ziemlich eng gefassten Euro Stocks 50, der eben nur 50 Aktien umfasst. So, jetzt kommen wir langsam zu den Regionen, wo es wirklich interessant wird. Und die wilden Geschichten, die kommen wie gesagt zum Schluss vom Video erst. Eine der beliebtesten Beimischungen zum MSCI World, der ja nur Industrienationen umfasst, sind natürlich die Emerging Markets, die Schwellenländer. Und ein Index wie der MSCI Emerging Markets, der hat langfristig den MSCI World auch geschlagen, aber beispielsweise nicht auf Sicht der letzten 10 Jahre. Wir bei Finanzdip empfehlen da bekanntermaßen den ACWI mit einem Schwellenländeranteil von immerhin größer 10%. Was ich halt immer wieder betone ist, dass ihr euch nicht darauf verlassen könnt, dass eine Strategie wie ein Multifaktor ETF oder ein Emerging Markets ETF wirklich langfristig eine bessere Rendite abwerfen als ein marktbreiter Standard ETF. Und diese Unzuverlässigkeit, was die Rendite angeht, was die Outperformance angeht, das zieht sich durch dieses ganze Video und jetzt auch in die nächste ETF-Kategorie rein, nämlich Branchen-ETFs, wenn ihr also ein ETF auf eine bestimmte Branche kauft. Relativ breit gefasst wären da noch ETFs auf den Nasdaq, auf die Technologiebörse und vor allem die Technologieindizes der Nasdaq, weil Technologie ist natürlich ein relativ weit gefasster Begriff. Und da haben wir vor allen Dingen im Kopf natürlich, dass die ganzen IT-Werte, Technologie-Werte die letzten Jahre super gelaufen sind. Wie wir in diesem Video aber mal gezeigt haben, muss das definitiv nicht für alle Zeiträume gelten. Mittels ETFs könnt ihr auf immer speziellere Branchen setzen. Zum Beispiel aus dem ganzen Bereich der Technologie nur auf IT-Aktien. Zum Beispiel mittels des recht beliebten iShares S&P 500 Information Technology ETF, der aber nur 80 Titel umfasst. Oder auch mit ETFs auf andere Branchen, wie zum Beispiel Healthcare oder Clean Energy oder Elektromobilität. Aber auch zum Beispiel ein REIT-ETF oder Immobilienaktien, das sind alles Wetten auf einzelne Branchen. Ich will mal als typisches Beispiel das ganze Thema Gaming herausgreifen. Gerade in Corona-Zeiten, da denkt man sich doch, ach die Leute, die sitzen total viel vorm Computer, die spielen total viel, da müssten doch Aktien von Spieleherstellern total gut gehen. Und dann gibt es natürlich auch ETFs, zum Beispiel den VanEck Vectors Video Gaming & E-Sports ETF. Der ist auch entsprechend beliebt. Der ist nämlich ziemlich gewachsen. Von Anfang 2020, da war er nur so 20 Millionen Euro groß, ist er jetzt auf rund 800 Millionen Euro gewachsen. Zum einen ist der aber nicht mehr ganz billig, der hat eine TER, eine Kostenquote von 0,55% pro Jahr. Und zum anderen sind da halt nur 30 Titel, 30 Aktien drin. Und die Top 10 von diesen 30, darunter sind so Titel wie zum Beispiel Tencent, Nvidia und Blizzard, die Top 10 in diesem ETF, die machen zusammen 64% des ETF aus. Will sagen, das ist keine gute Streuung mehr, da geht ja schon ein gehöriges Clusterrisiko ein. Und wenn ihr wirklich, aus meiner Sicht, auf das Thema Gaming setzen wollt, dann macht euch doch getrennt, wie gesagt vom ETF-Depot, ein gesondertes Aktien, geradezu Spieldepot, Spekulationsdepot, und holt euch da einzelne Gaming-Aktien, einzelne Gaming-Titel rein. Aber wir sind noch lange nicht am Ende der fahrenden Stange der Blüten, die der ETF-Markt so treibt. Als nächstes kommen wir zu Länder-ETFs, also wenn ihr in ein ganz bestimmtes Land investieren wollt. Da hängt das Risiko natürlich völlig davon ab, wie groß der jeweilige Aktienmarkt des jeweiligen Landes ist. Und dazu kommt noch das Liquiditätsrisiko an der Stelle. Also der Fakt, dass ihr an euer Geld in eurem ETF nur so leicht wieder rankommt, wie die entsprechenden Wertpapiere, die entsprechenden Titel des ETFs auch handelbar sind. Wie wäre es denn zum Beispiel mit der Idee, ein wenig China ins Portfolio zu nehmen? China ist ja zumindest zurzeit noch nicht im MSCI World enthalten und ist natürlich eine riesen Wirtschaftsmacht und die könnte man ja beimischen. Und hier habe ich auch einen entsprechenden ETF für euch, nämlich den Franklin-Fuzzi-China-ETF. Der ist jetzt ca. 120 Millionen Euro groß, das ist jetzt nicht riesig, aber von der Größe noch ganz okay her. Und die Kostenquote, die TRR liegt bei 0,19% pro Jahr, auch kein Problem. Und Franklin ist eine total alteingesessene Investmentgesellschaft. Also wo soll das Problem sein? Die deutsche Börse misst, wie liquide ETFs sind, also wie leicht die ETFs handelbar sind. Und zwar am Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs, am sogenannten Spread. Dieser Spread braucht euch als langfristige ETF-Anleger kaum interessieren, weil euch interessiert nicht nach 15 Jahren, zu welchem Kurs ihr vor 15 Jahren genau gekauft habt. Aber bei Standard-ETFs, zum Beispiel auf den DAX oder auf den amerikanischen S&P 500, da beträgt dieser Spread, dieser Unterschied zwischen Kauf- und Verkaufskurs, typischerweise 4 bis 5 Basispunkte. Also 0,04 bis 0,05%. Bei unserem Franklin-Fuzzi-China-ETF, da beträgt der Spread typischerweise so um die 5%, also 500 Basispunkte, also das Hundertfache von einem Standard-ETF. Und was soll euch das jetzt sagen? Naja, dass man zumindest an diesem ETF sieht, dass der Handel mit chinesischen Aktien nicht immer ganz so einfach ist und dass da heftige, implizite Kosten entstehen können. Das muss nicht immer so sein und ist auch bei diesem ETF nicht immer gleich hoch. Aber es zeigt zumindest, dass wir nicht immer denken sollten, dass mit ETFs alle Märkte dieser Welt ganz einfach und praktisch für lau erreichbar werden. So ist es nämlich nicht. Denkt immer dran, ETFs sind nur eine Hülle, eine Verpackung und entscheidend ist der Inhalt. Oder wie unser Analyseschiff Philipp sagt, wenn keiner deine Kieselsteine kaufen will, dann bringt es auch nichts, wenn du sie in einen hübschen Karton packst. So, was gibt es sonst noch Wildes? Short-ETFs und Hebel-ETFs. Was ist denn das? Ein Short-ETF, zum Beispiel ein Short-DAX-ETF, der dreht den DAX um. Der nimmt ihn mal 1. Bedeutet, wenn der DAX fällt, dann macht euer ETF Gewinne. Und umgekehrt, wenn der DAX steigt, dann fällt euer ETF. Und ein Hebel-ETF, zum Beispiel ein DAX mal 2 ETF, der verdoppelt einfach den DAX. Das heißt, wenn der DAX zum Beispiel um 3% steigt, dann macht ihr 6% Gewinn. Und wenn der DAX um 2% fällt, dann macht ihr 4% miese. Und diese Short-ETFs und Hebel-ETFs, geleveragete ETFs, wie man sie auch nennt, gibt es auch in allen möglichen Kombinationen. Ganz deutlich, Finger weg von solchen Spielzeugen. Solche Short-ETFs und Hebel-ETFs, die sind im Inneren ziemlich kompliziert gebaut. Und definitiv nichts für langfristiges Investieren. Vor allen Dingen bezieht sich das mal 2 nehmen oder mal minus 1 nehmen immer nur auf den jeweiligen Vortag, auf den Vortageskurs. Und in einem schwankenden Markt, da kann das mathematisch ziemlich schnell zum Nachteil werden. Jetzt habe ich noch, quasi außerhalb der Reihe unserer Risikorangfolge, eine besonders schöne Kategorie von ETFs für euch. Nämlich ETFs, die eigentlich gar keine ETFs sind. Beziehungsweise genauer gesagt, ETFs, die mit dem kostengünstigen, passiven Abbilden eines Index nichts mehr zu tun haben. Das sind eigentlich ETFs, denen man dieses Label-ETF quasi nur aufgeklebt hat, weil die eben von dem Boom der ETFs, den es natürlich gibt, dann marketingtechnisch profitieren wollen. Beispiel. In den USA haben die ETFs von ARK in letzter Zeit einen ziemlichen Boom erfahren. Zum Beispiel der ARK Innovation ETF. Der ist in den USA ca. 16 Milliarden Dollar schwer und setzt auf so heiße Themen wie künstliche Intelligenz, Robotik oder Gentechnik. Und der hat sich letztes Jahr verdreifacht. Also eine Performance von 200%. Das ist natürlich kein Wunder, wenn sich alle danach die Finger lecken und alle davon reden. Tatsächlich hat dieser ARK Innovation ETF nichts mehr praktisch mit einem ETF, wie ihr ihn kennt, gemein. Denn das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein aktiv verwalteter Aktienfonds, dessen ziemlich bekannte Fondsmanagerin Kathy Woods, die nur 35 bis 55 Aktien, die in dem Fonds enthalten sind, so alle 14 bis 15 Monate komplett austauscht. Und folgerichtig ist die TR, die Kostenquote, mit 0,75% auch deutlich höher als bei einem typischen ETF. Das ist im Grunde genommen nichts anderes als ein relativ günstiger, aktiv gemanagter Aktienfonds, den man halt an das Label aktiver ETF aufgeklebt hat. Und wie bei allen aktiven Fonds gilt, und das haben wir in diesem Video gezeigt, ob der seine Performance langfristig halten kann, beweisen kann, das wird sich noch zeigen. Und außerdem gibt es bei den ARK-Fonds auch diese Illusion von Liquidität. Das sind ziemlich große Fonds, die aber in ziemliche Nebenwerte investieren, also in kleine Aktien, die am Markt, an der Börse nicht viel gehandelt werden. Und wenn jetzt so ein ARK-Fonds irgendwelche solchen Nebenwerte verkaufen muss oder verkaufen will, dann drohen natürlich entsprechend heftige Kursabschläge bei diesen Nebenwerten. Und übrigens, die ARK-Fonds, die sind derzeit nicht MIFID II bzw. USID-konform, also entsprechen nicht den europäischen Richtlinien und sind deshalb in Europa praktisch nicht handelbar. Übrigens war meine ganze Aufstellung hier von ETF-Kategorien jetzt nicht wirklich vollständig. Da gibt es natürlich noch weitere Kategorien. Ich habe nur die Kategorien mit reingenommen, die euch hauptsächlich interessieren, aber nicht irgendwelche ETF-Kategorien, die eigentlich mehr oder weniger nur als Vehikel für Großinvestoren gedacht sind. So, ich hoffe, ihr habt jetzt einen besseren Überblick über den ganzen ETF-Markt und welche ETF-Kategorien schon ziemlich heiße Eisen eben sind. Wie ist da eure Meinung dazu? Seht ihr die Abstufung genauso? Und welche Fragen habt ihr noch dazu? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, Like da lassen und ein Abo finde ich natürlich auch immer nicht schlecht. Bis zum nächsten Mal, euer Saidi.